Wenn das in deinen Träumen passiert, darfst du es auf gar keinen Fall ignorieren. Erstens, du fällst. Das kann bedeuten, dass du Angst hast, die Kontrolle über dein Leben zu verlieren. Zweitens, du bist eingesperrt. Das heißt, dass du das Gefühl hast, in deinem Leben in einer ausweglosen Situation zu stecken. Drittens, du fliegst. Das bedeutet, du bist bereit für Veränderung und spürst Leichtigkeit in dir. Viertens, du bist verfolgt, aber kannst nur ganz langsam rennen. Es ist Zeit, dass du dich deinen Ängsten stellst. Red dich um und sieh dein Verfolger in die Augen. Zahnausfall. Du sorgst dich zu sehr um dein Äußeres und hast Angst, dass deine Fassade auffliegt, weil dann jeder sieht, dass du eigentlich unsicher bist. Du hast dich verlaufen. Das bedeutet, dass du dich in deinem Leben möglicherweise auf einem Holzweg befindest. Du bist nackt. Das heißt, du verstellst dich anderen gegenüber und hast Angst, dass sie dich nicht mehr akzeptieren, wenn sie dein wirkliches Ich kennen.